macht er ihn er kann abwehren aber der ball weiter im spiel willian dieses mal hat er den ball guck doch mal er kann es doch gern das ist sein spiel immer auf höhe der verteidiger wenn es gut geht hat er freie bahn aber hier war es abseits das war knapp aber ich glaube er lag damit richtig